Hi, ich bin Desirée und seit 2017 freie Traurednerin. Ich selbst bin glücklicher Mama einer zauberhaften kleinen Tochter und einer ebenso bezaubernden Rhodesian-Ritschbeckhündin. Am liebsten verbringe ich die Zeit mit meiner Familie und würde mit ihr nur allzu gern die ganze Welt bereisen. Egal, ob die heiße Sonne von Mauritius, die unglaubliche Magie Südafrikas oder die Berge Tirols. Ich liebe es, das Leben mit all seinen Facetten zu genießen und wunderschöne Erinnerungen für die Ewigkeit festzuhalten. Deswegen ist es so wertvoll für mich, bei einem so besonderen Augenblick wie eurer freien Trauung an eurer Seite zu sein. Ich begleite euch vom ersten Moment an, finde die vielen kleinen, aber unglaublich spannenden Details eurer Partnerschaft heraus. Überlege mir individuelle Traurituale und schaue, wie wir eure Liebsten mit in die Zeremonie einbinden können. Wenn wir uns begegnen, dürft ihr eine lockere, warmherzige und fröhliche Atmosphäre erwarten, in der ihr euch nicht scheuen müsst, auch nur ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich wurde schon oft gefragt, wie das perfekte Brautpaar für mich sein muss. Und ich finde nie eine Antwort, denn jedes meiner perfekten Brautpaare war so facettenreich und vielseitig, dass man keinem von ihnen einen Stempel aufdrücken kann. Was jedoch ganz gewiss bei jeder meiner Lieblingstrauungen eine super wichtige Rolle spielte, war eine extra große Portion Humor. Auch wenn ich mir manchmal ein kleines Tränchen der Rührung nicht verkneifen kann. Ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen und ich euch ein kleines Stück eures Weges begleiten darf.